Zur 3. Gruppe im Periodensystem der Elemente gehören die Elemente Scandium, Ultrium, Lantan und Actinium. Scandium und Ultrium werden zu den Leichtmetallen gezählt, die auf das Lantan in der 6. Periode folgenden Elemente werden als Lantanoide, die auf Actinium in der 7. Periode folgenden als Actinoide bezeichnet, vorkommen. In der Erdkruste liegen die Elemente mit einem Anteil von 5,10-4, 2,16-3, 1,7-10-3 und 6,10-14 Gewichtsprozent vor. Eigenschaften Die Metalle, Scandium, Ultrium, Lantan Die Elemente der Scandiumgruppe sind in ihren chemischen Eigenschaften den vorausgehenden Hauptgruppenmetallen der 2. Gruppe des Periodensystems ähnlicher als die Elemente der 13. Gruppe. Den Elementen der 3. Gruppe ist gemeinsam, dass die äußere D-Schale einfach das äußere S-Orbital zweifach besetzt ist. Deswegen liegen sie in Verbindung abgesehen von wenigen Ausnahmen in der Oxidationsstufe plus 3 vor. Elektrochemisch sind die Elemente der Scandiumgruppe unedler als Aluminium und edler als die R-Talkalimetalle. Der unedle Charakter nimmt mit steigender Atommasse zu.